Ausdauertraining, um natürlich auch dabei das Fett zu verbrennen. Aus Russland kommt Andrzej Gotenko. Ein Mann mit viel Enkramenz, vorzuheben, die Schulterpartie, die Überarme. Ein Mann für die Zukunft, der an Muskelmasse vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen wird, hat sich stark entwickelt in den letzten Jahren. Sehr harmonisch. Also hier stimmt das Verhältnis, Quattrizeps beispielsweise zum Knie und Trizeps. Großmuskulatur, Lattissimus. Diese Klasse ist ja sehr gut besetzt. Es wird für ihn sicherlich schwer. Also hier ist es ein Beispiel.